Heyo Leute und willkommen zu einem Remake von unserem 10 Fakten Video über Circus Baby. Lass uns gleich mit dem ersten Fakt starten. Fakt 1. Circus Baby ist der drittschwerste und drittgrößte Animatronic in der FNAF-Reihe. Sie ist 2,19 Meter groß und wiegt 265 Kilo. Fakt 2. In den Spielerteilen von Sister Location findet man ein ungenutztes Game-Over-Bild von Circus Baby. Ohne Zöpfe. Fakt 3. Der Trailer von Sister Location zeigt am Ende Circus Babys Jumpscare. Komischerweise hat sie im Spiel jedoch keinen bekommen. Dies ist außergewöhnlich, denn alle anderen Animatronics im Spiel außer Lolbit besitzen mindestens einen Jumpscare. Ihren ersten Jumpscare bekam Baby schließlich in Ultimate Custom Night. Fakt 4. Wie schon die anderen Funtime Animatronics wurde Circus Baby von dem ehemaligen Serienmörder und genialen Erfinder William Afton erschaffen. Mit dem Zweck dahinter, Kinder für ihn einzufangen und zu töten. Circus Baby erhielt von Afton daher einen Greifarm, der jederzeit sichtbar war, als Baby Ice Cream produzierte, und oder als kein anderer Mensch außer ein einzelnes Kind im Raum war. Fakt 5. Circus Baby wird von Elizabeth Afton besessen, welche die Tochter von William Afton war. Wie aus einem Minigame und auch aus einigen Dialogen zwischen den Nächten aus Sister Location herausgeht, schlicht sie sich unerlaubt rüber zu Baby und wurde von ihren starken, mechanischen Greifarm in ihren Bauch gezogen. Fakt 6. Circus Baby hat die Stadt ihren momentan smart grünen Augen, jährmals hellblaue Augen. Ihre smart grünen Augen bekamen sie nach dem Tod von Elizabeth. Fakt 7. Circus Baby ist einer von wenigen Animatronics in der Hauptreihe, welche ein humanoides Aussehen haben. Fakt 8. In der fünften Nacht von Sister Location hat Circus Baby in Parts & Service eine ähnlich zusammengesackte Position, die der Position von Golden Freddy ähnelt. Fakt 9. Technisch gesehen war Circus Babys erster Auftritt in FNAF World. Sie wurde am Ende von Update 2 enthüllt, sobald der Spieler das Ende des Updates erreicht hat. Ihre leuchtenden gelben Augen würden zu sehen sein und sie würde mit einer viel mehr roboterhaften Stimme sprechen. Fakt 10. Nach Aussage von Scott Kaufmann war uns sowohl Baby als auch Balor am schwierigsten zu entwerfen. Das war's dann für heute. Falls ihr Vorschläge habt, über was man noch ein Faktenvideo machen könnte, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt gerne auch, wie viele Fakten ihr schon kanntet oder noch nicht wusstet. Ich wünsche euch dann noch einen festastischen Tag und wir sehen uns bald wieder. Schreibt gerne auch, wie viele Fakten, 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 Vielen Dank.